Einen schönen guten Abend, Hans-Peter Wirth, der Werkels. Es ist heute der 21.02.2021. Welch schöne Zahlenkombination, welch schönes Datum. Ich bin hier an einem schönen Ort mit Blick auf den Schwarzwald. Man kann das im Hintergrund sehen. Schwarzwaldberge, Sonnenbeschienen. Aber eine wunderschöne Wärme hier. Und es sind, wie gesagt, für mich eigentlich Übungen, weil ich ausprobieren möchte, was kann man mit dem Holz, mit den Formen natürlich immer. Den dynamischen Flächen, aber auch mit dieser Farbigkeit. Was kann man da tun? Was ist möglich? Wie kann man auch diese Farbigkeit erhalten? Und hier mir den Motiven dieses Holunderbusches. Mit diesen vielleicht segnenden Gebärden sende ich euch gute Wünsche. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Viele Grüße und noch einen guten 21.02.2021. Euer Hans-Peter Wirth, der Werk Kölz